Ich habe dir das jetzt geschrieben, damit ich das halt irgendwann verwende. Aber wahrscheinlich mit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die ganze Zeit, die ich an so einem Bild drum gebastelt habe, habe ich gerade ihr zugemacht und natürlich nicht gespeichert. Die ganze Zeit, die Gitarre, habe ich gespeichert, nicht gespeichert. Die Gitarre, die wir jetzt wieder aufpassen. Die Gitarre ist für die Karte, aber wir werden hier in der Abolung an. Das war die Karte. Die Gitarre ist für die Karte. Die Gitarre ist für die Karte. Ja! Hahaha! Hör mal, wollen die mich verarschen? Wieso denn Kettel bitte? Wieso? Irgendwann bleiben die eh. Wann Kettel denn schon wieder rauskommt? Wieso? 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 Was denn? Welchen Wort denn? Ach den da oben. Oh fällt! Stun Card auf Level 1 macht eh. Null Schaden. Bei einer natürlichen Regeneration von 1,4. Habe ich jetzt wieder gleich Full-Life nach deiner Gold-Card. Ich traue mich ja immer noch nicht den Vega, den aktuellen, im Rank-Head zu spielen. Genau. Richtung noch. Voll zu. Obwohl er eigentlich... Ja, die Gute. Ich brauche uns bei Lopper. Ich brauche uns bei Lopper. Wenn das nicht. Oh ja! Mit geht es einfach... Sie damit sieوں? altura bei diesem Entferner. Gucken wir mal. Frederick T habil ich nicht Schans después. Da weiß ich resiste. Was ist denn da? I can see the fear in your heart! Oh, shit. Oh, God. The minions! Yes! Hehehehehe! He's always useless! Yes! 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 Was war das, was du die ganze Zeit gesummt hast, Max? Genau das. Was war das? 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 Der Deleter kommt gleich. Was war das? An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. Was war das? Stopping prey. Mega nimm den Stock ausm Arsch und vernünftet. Deiner essliger grüner Kobold. Guck dir den doch mal an mit seinen... Deiner essliger Kobold. Delete. Delete! DELETE! Mit Ansage. BOOMBOOMBOOM! BOOMBOOMDOWN DELI. MAX! Shit! Ich kriege das. Ich kriege das. Ich kriege das aus meinem Kopf etwas, was ich gerade spielt. Was ist das ein Schreck? Killing spree The magic! It calls to me! Shut down Your left was over! Mr. Pringles! Mr. Pringles! TF! Ich geb dir 8 Sekunden Mr. Pringles! Nein! Scheiße alter Mr. Pringles! Mr. Pringles! Mr. Pringles! Mr. Pringles! Mr. Pringles Jungen. GO! Mr. Pringles! Die Kaffettasack, der irgendwo in der Ente sitzt. Die haben einen Scanner-Jungle? Ein Scanner-Jungle? Dann lässt der Scanner einfach den ich Contra-Jungle. Ja, ja. Ja, ja. An ally has been slain. Give up now! KD. Ding. 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 Guck mal der Flasht. Angst Vor meinen 4mm Bizeps von diesem kleinen Kobalt hier. 4mm.... Bäh? 4mm Bizep Gott, Hef Hef, du hast keine Chance Wer hat Angst? Äh, mit Macht! Macht! Was waren die anderen Dinge? Was waren die anderen Dinge, die... Naja, Irgendwann? Naja, Irgendwie so Keine Ahnung Vor allen Dingen, er rafft auch anscheinend nicht, dass ich die ganze Zeit AP sticke Und jetzt schon 60 AP durch meine scheiß Q hast Und auch kein Mana-Avini Guck mal Er rafft da irgendwie Er ist mit jeder Sekunde, mit der er mich weiterfarm lässt Der... Shit Oh, hat er weg 5 Oh, was ist denn da? Uuuuuh Eftus Ich bin totem Uuuuuh Du wirst jetzt gleich sehen, was hier vor allem er kommt. Oh, der bekommt auch schon noch... Nein! Was ist denn ein Ulti? Kana, hat dir denn niemand gelernt? Oh... Alter, er geht runter. Ja, aber... Ja, aber du machst halt keinen Schaden mit deinem Headshot. Du stehst da, machst deinen Headshot und denkst dir, öh, war das ein Out normaler oder war das jetzt mein Headshot? Kraft man ja nicht. Ja! Da kann ich nur eins sagen. Genau. Die Kältin, die weiß halt einfach nicht, wie man auf Bizeps trainiert. Ey. Als... Ich hör mir das ja die letzten Tage, guck ich mir dann halt immer auch abends mal an, was die da so machen. Ey, die labern so viel Scheiße. Unglaublich! Nein! Nein! Scheiße! Wirklich! Das hat nichts mehr mit Bullshit zu tun. Ja genau, da hieß das heute, glaube ich. Wirklich! 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 Armos! Aber ist sicher. Okay. Der Monier wurde Needfest auf, ist wohl Vergnung. Weilt perceber. So, das ist jetzt dobry! tf ich hab meine volle kombination eigentlich will ich dich tot sehen ja 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 Aua TF? Warum bist du? Ich warte Warum musst du dir Leben kaufen? Nein, der kauft sich doch Macht zu demonstrieren. Macht. Genau, Macht war das Jeff, ich will deinen Jeff könnte auch nach unten kommen Ich fiel hier gerade Ich fiel hier Oh joh Ich fiel hier Ich fiel hier Ich bin der Magier, ich kenne mich! Ich bin der Magier Ich bin der Magier Ich bin der Magier Du musst Stärke demonstrieren! Du musst Stärke demonstrieren! Ja, wenn der immer auf einen kleinen hässlichen Zwerg geht Kobold Was soll ich denn dagegen tun? Was soll ich dagegen machen? Ich hab hier Ja klar, mit meinem kleinen hässlichen Ich bekomme Wollt Trich Jetzt habe ich die IFG Jetzt ähh wird Ernst? Nee, Willy Ein Alli hat sich geflogen. Ein Alli hat sich geflogen. Ich hab ich ja... ...de-li-ting... ...de-de-de-de-ding-ding... Nee, wie die... kein Plan aussieht. Denn... ...de-de-de-gumbo. Äh, äh... Bis...don't... ...mal den Alter. Einmal fällt. Einmal komm mir jetzt ran. Komm bei mich bei, du. Ja, ist echt... Aber der traut sich ja einfach nicht zu mir. Der muss ja immer auf andere Lanes gehen. Die ganze Zeit. Immer wieder. Aber er wills anscheinlich an. Da ist er. Da ist er. Oh, ich hab... Ich komm nach unten. Ja, dann hab ich... Nimmel ne Würste. Nimmel ne Würste. Also wann kann man, wenn man gestunnt ist, äh... ...Oberglas anmachen. Man lernt anscheinend immer wieder was dazu. Komm schon. Komm schon. Ich glaub, die haben... Die sind einfach nur neidisch. Robin. Alleine die Juppe. Ja. Ich glaub, so ne Kretchen ist auch relativ... ... ... ... Abwekel? 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 Danke. Mal, Caitlyn. Hinnst du gerade vor deinem allmächtigen... Boah, ich bin zu langsam. Oh, Alter. Was hab ich hier dafür? Was hab ich hier dafür? Ups, da ist mir wohl mein Q genau in der Sekunde ausgerutscht als das Minion noch... Tf? Du? Du und ich. Wir haben jetzt, äh, hier... Das ist mir zu viel. Alle... Guck mal, die wollen eine Orgie mit nem kleinen Kobold. Sie... 7 auf 1. Dann bräuchte man aber noch Yurik und, äh, Chako. Kann man eigentlich mit der Yurik-Ulti die Chako-Copy, äh, verdoppeln? 3. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Was ist das? TOT Und das war sogar der Tank Boah Äh gut Scanner Scanner ist auch Tank Scanner ist mehr Tank als Der Tank oben Oh das war blöd Effektiv Hätte man es besser machen können Aber Naja Sona Meine Ulti macht 1000 Schaden Plus deine AP 80% Das heißt 1060 Schaden Machen wir eine Ulti Achja Max ich bin wieder auf deiner Lane Und Deine Die Die Tire me! Beauty time! Delighted Oh Renekton 60 Magieresistenz Müsst ihr nur aufhalten Der ist voll tot Toll, kein Assist bekommen Ganz toll Ne Robin muss nicht Die 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 High five So muss man so high five Muss man so high fifen mit dem Bildschirm machen oder was Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott... Oh Gott... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich bin Gott, oh Gott! Das war's für heute. Gut, dass die keinen Timo haben. Also, aber sehr schöne Ulti. Die Ulti kam, äh, ja. Guck dir mal an, ich hab drei AP-Items und hab jetzt schon 857. Wie soll das erst werden? Das sind, ja gut, die, die 30 AP von diesem andern Item. Max, die 30 AP von diesen scheiß Doronsringen, die kann man doch nicht ernst nehmen. Also, die 1000 werde ich, äh, schaffen. Und es ist, wir haben ja noch nicht mal Sparrow. Ich weiß noch, irgendwie, letztens, ich weiß nicht mehr, ähm, hab ich, glaub ich, mal mit den anderen gespielt. Und mit irgendeinem Diamant 2-Typen, den wir auch, nee, mit dem Diamant 4, 5-Typen, den wir auch kennen irgendwoher. Und, da war ich mit Vega in der Mitte auch so gefeedet, nach 20 Minuten einfach schon 600 AP. So, was meinst du? Der Gegner ist schön mit Laine, der hatte so viel Spaß mit mir. Jedes Mal, wenn er mich gesehen hat. Plupp. Ich brauchte noch nicht mal das Ulti für den. Guck mal, mein W macht ja jetzt schon 1000. F, was willst du machen? Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Er ist einfach nur tot! 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 Nice, Gana! Böse, Ska! Einfach nur, wo es ist, wo es Lid spänt. Nicht, 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 nicht beenden. Ich muss meine 1600 Damage Ulti austesten. Und zwar an Catelyn. Genau, 1007. An. Guck, einfach nur ne Ulti. Einfach nur. Guck mal, selbst der. Er hat Angst. Oh. Und, tot! Nein, das war mein W! Aber mein W macht fast zu viel Damage. Guck. Guck. Das ist mein Q. Und das gegen den Tank. 30 Sek... 40 Sekunden bis Ulti. Ja, toll. Wenn, versuchst du den da zu töten. Guck mal, Tank. Oh. Go and die. Was versucht ihr da? Nein, ich mein die Gegner. Ich hab gesagt, tot. Tot! Catelyn! Guck mal, das ist ne... Guck mal, ich komm da... Ich komm noch nichtmals dran. Oh. Fuck, ich wollte irgendwie... So, dass sie mich eine Sekunde lang nicht sieht. Ja. Die hat keine Ulti. Mach du mal. Stirb dabei bitte nicht. Du stirbst dabei so? Ein Hit vom Drake? Das funktioniert nicht. Jetzt hast du... Fade, bitte kauf dir mehr AP. Bitte. Ich weiß nicht mehr, was ich mir kaufe. Yes. Schlierz. Max. Schlierz. Kennst du schon was von dem? Mit Darius? Er irgendwie die... Auch... Auch im Livestream. Und immer dann, wenn der seinen Coup macht, immer... Schlierz. Schlierz. Und das geht halt einfach die ganze Zeit so... Oh. Oh, ich seh grad meine AP-Anzahl. Ups. Bitte macht irgendwas. Fade oder so. Ich geh Topline-Farm. Ja, hallo. Das ist ja keine Herausforderung mehr. Okay. Ja. Ich... Ich... Ich warte hier. Ich laufe da und ich immer durchmache überall mein Weh rein. Auf meinem... Auf meinem Coup habe ich ja inzwischen auch schon... Äh... Nicht töten, bitte. Nicht töten. Ich muss... Das ist so geil. Ja. Ja. Guck, tot. Ah, nein! Das war knapp. Warmer Bruder ist immer da. Ich will mal jetzt gerade wissen, was die so sind. Gold, Gold, Silber, Silber. TF ist Gold, 4. Ja. Unserer Fiss, Platin, 4. Sehr gut. Ausgleichende Gerechtigkeit. Zwei Platin-Spieler gegen Silber-Spiel, Gold. Dieses Mal. Oh, Renekton. Du- Deli- Ja. Mal ganz ehrlich, meine Ulti macht... ... fast 2000 Schaden. Das war's für mich. Er hat das abgebrochen, oder nicht? Ich bin raus, Alter! Oh, das ist die erste... Ey, hast du gesehen, der wurde hochgebiegen? Ich bin hochgebiegen... Ich bin hochgebiegen... Ich bin zuern, das ist nur... Oh, micho... 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 Ja, der hat Angst, in die Brücke zu stellen und das Sonja zu machen. Was prägt die Blasen? Der kommt aus zu mir, das war aus meinem Willen. Max, guck dir bitte meine AP Anzahl an. Ey, der, der Fade. Der Fade hat nur Glück, dass mein, dass mein Schild keinen Schaden macht. Jetzt muss ich schon wieder hier farmen, alter. Guck mal, Blubuff ist, äh, Two Shot. So, tot. Bring' ja weg. Ich war grad schon voll panisch wie Reng. Ähm. So. Ja. Ich warte. Puh. Ich warte nur. Das zählt ja nochmal, 80% davon kommt ja nochmal drauf. Rengar, willst du mir jetzt die Tour vermasseln? Achtzig Prozent von tausend zwei hundert. Viel. Guck mal, selbst, selbst der Tank, bekommt allein von meinem Weh. Oh, Junge, das ist alles geil. Nein. Nee, 80%, du hast dich da verrechnet. Das können dann nicht nochmal mehr... Ja. Oh, fuck. Ja, das hätte mich auch... Oh, jetzt muss ich rennen. Gut. Raid. Gut. Äh. Warte, lass mich erstmal weggehen, dann krieg' ich nämlich noch, äh... Ja, ich verkauf, ich verkauf gleich meine Schuhe. Also meine... Ich hab jetzt tausend zweihundert fünfzehn AP. Meine Ulti macht fünfhundert. Plus tausend vierhundert achtundfünfzig. Ne... Also ich verkauf mal so, so die zweieinhalb tausend. Nicht beenden. Nicht beenden. Ich will Fate. Caitlyn oder Fate. Einen von... Am liebsten Caitlyn. Die ist so... ...schön... ...tot. So, Max. Nein. Ich hab keine Ulti. Ich hab keine Ulti. Alter. Was... Was wollen die hier von mir? Das ist der Tank. Der hat... Ich brauch... ...16 Sekunden bis Ulti. Wo sind sie? Wo sind meine Enemies? Ich mach mal den Pinkwort. Der hört sich vermutlich nach dem Deutschen. Selbst mein Q macht bei Minions, äh... Tod. So ein Wichser, Alter. Jetzt muss ich weggehen. Oh ja. Der kann ich gut helfen. Mit nem Spell, der... Mit zwei Spells jeweils tausend Schaden machen. Mal gucken, wie viel Barbaron das zieht. 1.300. 800. Und das alle paar Sekunden. Hört sich gesund an. Guckt euch da ins Leben an. Warte, ich brauch den Astrid. Warte. 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 So, jetzt bin ich extremst langsam. Aber das ist es mir wert. Warte. Warte. Ich hab einen Laufspeed von... sage und wogende... 342. Und... 1444 AP. Okay. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Live. Mit... Ulti. Okay. D.V.G war auch noch mit dran beteiligt. Aber... Alter. Ich... Vor allen Dingen... Der TF, wenn der meint irgendwie mich... Was denn? Aber du... Aber du... Aber wenn Kate... Wenn du als Flightymeer in die Pfütze gehst, dann dodgst du dann mit der Kate-Ulti. Ne, ne, die... Ja, die schießt, aber du kriegst keinen Schaden. Die wird wirklich... Ich mein auch, dass die abgebrochen wird. Eben, wo soll die da... Wo soll denn so rein logisch das Projektil einschlagen? Also ich werde nichts sagen, aber wo... Mein Projektil gleich hier einschlagen wird, ist äh... Oh. Jetzt kommen die beiden Tanks schon wieder. Ja, witzig fürs... Warte, ich brauch Farm. Luka... TF... Mehr AP, bitte. Ich helfe jetzt 30 Sekunden lang tot. Oh Max ich komm zu dir nach oben. Die hat. Ja du musst die. Mach Ulti. Pass auf. Ne das war halt eine Sekunde zu früh kam das runter. So die beiden Tanks sind noch am Leben. Oh. Fuck ich hab's nicht drauf bekommen. 12 Sekunden bis Ulti. Ah scheiße. Victory. Alter. Das war's. Das war's.